herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft kommt schnell in rot rein weil ich habe keinen bock auf lila nein ich komme wieder zurück ja wir spielen heute wieder bedwurst heute auf realwindzeit.tv auf baby und ja mit dabei ist jonas wie er sicherlich schon gehabt hat franz wollte eigentlich auch noch mit zocken aber er hat sich abgemeldet da ja leider krank ist an ihnen eine gute besserung und dann klappt hoffentlich beim nächsten mal na gut der stream ist ja für die zuschauer schon längst gelaufen stimmt genau so macht man das hier so macht man das arm ist ja ich bin hier gerade hinterhergebracht gekommen sehr schön gut hier oben ist halt das bett aber wir müssen noch unsere challenge erklären also ja challenge keine büllen für uns beide gut die map kann ich noch gar nicht dafür ist sehr sehr schön eine unbekannte map ja gut vielleicht habe ich schon mal gespielt aber die kommen jetzt nicht ganz so bekannt wochen die bieb was gut dann komme ich mich mal so ein bisschen ins bett es war ein bisschen riskant aber okay alles gut gehen team grün ist ausgeschieden team grün wurde von mir vernichtet nein eigentlich nicht aber gut bin bei der mitte schon ach so was ich schon sagen bitte jetzt schon exo oder was ja klar häcklich ja weißt du doch ja stimmt dass der anti knockback kill auch und was ist da noch alles gibt ich kann mich ja nicht mit sechs aus was gibt es da noch so alles habe ich ihm gesagt heißt das richtig fliegen oder jedenfalls gleich also dass du halt fliegen kannst gibt es nur erkennt sich aus bemerkt und dann kannst du auch einfach laufen und einfach blöcke setzen erkennt sich aus die meinen an ich wollte ich nie mit necker zusammenspielen das ist nicht schlechte hier an jetzt habe ich hier angefangen nein natürlich hat er natürlich nicht also hacken so eine schweine sind wir nicht ein bisschen die wir haben ja noch auch nicht viel aber ja ich bin hier schon so ein bisschen dabei gleich kann es haben weil ich so viel punkte obwohl na gut so viel punkte habe ich jetzt nicht übrig egal ich mal zum eisen die musik gibt es ein bisschen zufriedlich mit meiner meinung nach für bedwurfs das ist eine niederländische musik unter wasser ok ist er schon auf dem weg ja also wort geht dann wusste ich mich ganz schnell aus ja hast du gedacht der hat schlagstock aber ich habe ihn oh nein ich bin extra rad hoch zu mir leid aber ich habe sie jetzt junge also ja meint mich jetzt bist du tot ich hol dir mal ein bisschen heißen wo ein eisen wo ich nicht brauche ich nicht ich gehe die ganze zeit jetzt auf flaschen das über die eines über dir geht dann habe ich mal ab er kommt runter den habe ich doch nicht erst nicht ich bin tot ich auch hast du das bett wenigstens ein bisschen zugebracht ich habe das sehr zugebracht ach ich bin das so dumm zu bescheiden ich auch muss ja dann nein ich hätte ihn beider untergestoßen zwei herzen vorher noch ein herz auch man ist das bitte schnell zurück und neue lobby suchen das ist der ist voll das ist immer hier ein problem die ganzen server sind immer ganz schnell voll aber wir haben einen gefunden sind wir team rot weil wir team gelb sehr schön nein ich bin rausgegangen ich bin so ein kleines oh nein ich wollte auf maps aber dann hat sich das maus gedreht so dann sind wir hier doch noch so schnell team grün jetzt sind wir mit dem grün hier so jetzt sind maps pixel böser tower und wir pixel ja gut hat er jetzt fast fast alle votes ist das nicht das wo die zwei spawner sind dann schon möglich sein okay so macht man das so macht man das mal richtig hinterhergerutscht weil er hat dann nicht mehr gespruntet ist das war im sonnen perfekter durchlauf so hier hier ich bin dagegen nein bin ich nicht das ist die ich dachte das ist die andere erste art dieser woche scheiße man das war jetzt nicht egal a you dead weil tot vor so einem verderben ich bin dann wir sind da muss vor so einem verderben sein so ich brauche noch mal ein paar blöcke ich denke mal ins deck was für den rest die reichen ja locker locker so hier bett wurde erfolgreich zugebaut ist liegt aber hier war noch ein block so ich mache mir mal ein bisschen rüstung zumindest die leder rüstung 1 2 3 ist so dass ich werde als erstes in der mitte sagen wir dürfen hat kein bogen benutzen dann machen wir uns die besseren schwerter schon ein bisschen kräcke ja wir haben halt dann so gedacht ist halt auch ein bisschen langweilig wenn wir hier dann mit den bögen hier herumstehen und dann spammen daher es war halt seine idee dass wir uns um eine challenge überlegen und dann hat das eigentlich super gepasst da kommt immer drunter bei dir ist das war jetzt mein fehler jetzt habe ich noch ich habe zwölf eisen jetzt in den tod mitgebracht nein und gut es sperrt nicht so schlimm alles gut er ist halt ärgerlich extrem ärgerlich war so gut ausgerüstet im glück mit mir im team ja da kommt noch einer habe ich ihn habe ich ihn ich habe ihn nicht doch ich habe ihn ich habe ihn okay hoch zum bett hoch zum bett war der kann jetzt einfach hoch spazieren ja es war's hinter dir hinter der ich bin tot schade ich noch nicht ich habe ihn sehr schön er ist wieder da hat seine enderperle wahrscheinlich eine enderperle kann gar nicht sein das war ein anderer von denen ach so schade die letzten und wieder so eine scheiß angeber so was hasse ich so nach einer runde schreiben wenn man gewonnen hat oder easy das ist mir das ist ja vollkommen okay aber sowas doch sonder wir sind die da kommt zu gelb war ziemlich noch der ok dann sind wir mal nicht platzangst oh oh die war eigentlich ganz cool mhm 3 gegen 2 3 gegen 2 ist platzangst ja ist eine stimme mehr bräuchten das 50 50 schon zeit bei platzangst ist eine rausgegangen wieder rein mit platzangst also ich mache mal den weg erzähl war mich an den rand ja ich komme an dies noch drunter fallen dann brauche ich mich erst mal so ein bisschen um das bett die musik ist mir ein bisschen zu ruhig aber als nächstes liter er könnte schon besser sein ja das ist schon besser dann kostet du dich erst mal so weit aus ja das was du brauchst klappe handy einfach nur weil ich besser bin als du stimmst ich gebe zu ich bin nicht der beste bett was uns er hat auch nicht so gut im pvp das ist meine stärke ist vielleicht kann man schon sagen der bogen oder das wo ich am besten vielleicht drüber bin in sachen bett was uns vielleicht bett zu bauen obwohl ich das eigentlich auch ja es gibt bessere strategie man könnte das mit tun und spinnen neben normalen nur das eignet sich könntest du mir vielleicht meine spitze vorbeibringen könnte ich machen mal sehen ob ich das mal hatte aus da meine masch mit gerade so ein bisschen da baut sich schon jemand zu uns deswegen gehört schon immer schnell die spitze herbringen jetzt jetzt bei der goldinsel ich brauche unsere welt sind ein bisschen zählter schlagstock hat wird nur eins ist gestorben haben wir auch irgendwo eisen achte vorne ja auch wenn sie an nur drei stück vier ja ich habe gerade mein ganzes eisen aufgebracht er ist doch nicht so schlimm achte eine gestellte sich selber der gold hatte war ja nicht von der goldinsel weg kam vor sich darüber sind zwei aber die bekriegen sich gegenseitig also du hast freie bahn so ich glaube mal zurück und man mir mal ein schwert das heißt ich kann gerade nicht auf sich aufpassen was hat gesponnen das ist wieder ein fall von dummheit meinem haus ja ich weiß immer erst mal auf die maus schieben ich habe jetzt acht gold acht stück dann kommt zurück denkt dann kein bogen waren und da ist jemand vom zustimmen da kommt einer da kommt einer ich habe ihn nicht ich habe ihn ich bin tot ja ich auch ja besser ist es weg als das ist der gegner hat immer positiv denken ich habe gleich wieder acht gold sehr schön ich bin soweit wieder ausgerüstet ich habe acht gold sehr gut dann mache ich mir mal ein schwert jetzt und ich falle dieses mal nicht runter weil ich werde ein paar blöcke hinsetzen so schwert habe ich jetzt sollen sie zu uns kommen dann machen wir mal noch weitere blöcke weil unser bett ist noch nicht zufriedenstellend zugebaut bist du runtergefallen innerlich wolltest du es mir nie geben doch ich wollte es dir wirklich geben ich brauche du musst mich nachher daran erinnern ob die feind zu installieren auf dem laptop und auf dem pc bitte sehr gut wir brauchen ob die feind liegt es gibt auch eine mod der match indicator damit können wir sehen wie viel leben die gegner noch haben während des kampfs können wir das schon sehen wer vielleicht auch ganz das sollte ja nicht verboten sein denke ich mal ich brauche mal die base ein bisschen sicherer für uns neun gold sehr schön leute wurden zwei abgeschlachtet also was ich mir davon ach du heilige scheiße ich das heute ausgeben bitte ach so gut dann mache ich mir mal eine kiste nein er ist raus bist du auch raus aus der sonne raus aus bett was gut du solltest automatisch nachscheinen können sobald du wieder verbindungsfähig bist geh lieber zurück zur base weil du stehst dann ein oder ja genau geht es er sagt gerade dass er sich jetzt eine ender perle macht und da kommt jemand runter lauf hier dafür zurück genau dann kann ich klatschen geh aus dem weg geh aus dem weg ah der baut sich hoch das ist natürlich was ich auch nach klasse ich habe ihn ja na toll dann helfe ich dir jetzt so das ist nett rüste dich ruhig aus ich sag dir wenn jemand hierher kommt sehr sehr gut sehr sehr gut gut dass noch eisen in der truhe war sonst hätte ich die nicht klatschen können ach so okay elf eisen genau so viel wie ich brauche nur noch team robot hinter dir hinter dir hat er kommt von oben er hat wieder so einen schlagstoff gut gut er ist jetzt an deinem spawner mit gold mit gold nicht 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 so doch sehr gut frei leben hast du noch da wartet schon der nächste das geld geld greift rot an wenn das das bett ist weg sehr schön da kommt rot da kommt rot ich muss die zeit nutzen und noch mal heißen holen und jetzt kommt der rot sonst ja warum baut er nicht das bett ab da kommt der nächste rote oder ist das überhaupt die base das ist seine base ich baue blöcke ich brauche blöcke denn das ist nicht seine nein warum sollte denn gut das ist das weil die spawner hinten glaub mir das ist seine welt ja rot ist hier hinten ja rot ist hier hinten das ist gelb so rot ist jetzt so ein bisschen abgelenkt das muss ich ausnutzen auf alles oder nix alles oder nix so warst du über mich ja ich war über dich jetzt gerade ausbauen rot lebt da drüben ja das ist nicht klar geradeaus richtig genau die sind da beschäftigt oh die sind jetzt beide gestorben neben beide also neben beide wieder sehr gut der hat so einen schlagstock gut da komme ich nicht gegen ein gäbe hätte ein bisschen länger die ja aufhalten müssen dann hätte ich es easy schaffen können aber so nicht schade gut liebe freunde das war's mit dieser folge bedwurst heute haben wir vier mal zwei gespielt beide alle drei male ich kann euch schon mal sagen beim nächsten mal gibt es acht mal bis dahin viel spaß euch noch scheint wieder ein und tschüss mach's gut